Lindt-Schokolade verspricht zartschmelzenden Genuss und kleine Glücksmomente. Das Sortiment ist riesig. Aber wie gut sind die Lindt-Produkte im Vergleich mit der Konkurrenz? Mein Favorit wäre jetzt vier gewesen, weil es einfach super cremiger Geschmack ist und ich denke, da schmeckt man auch die Qualität. Die Werbung verspricht Premium-Schokolade aus besten Zutaten. Das geht für mich gar nicht, dass ich hier beste Zutaten mit Vanilleblüten abbilde und dann ist nichts drin. Die freundlichen Maitre Chocolatier zeigen viel Liebe zum Detail. Doch wie sieht es hinter den Kulissen aus? In Ghana, einem der Hauptanbauländer von Kakao, treffen wir Lindt-Bauern. Markcheck checkt Lindt! Direkt am Zürichsee der Firmensitz von Lindt & Sprüngli, einer der ältesten Schokoladenhersteller der Welt. Viele Produkte kommen von hier und werden in rund 80 Ländern vertrieben. Auch in Deutschland gibt es eine Produktion. In Aachen. Wir wollen wissen, kann sich Lindt-Schokolade bei einer Blindverkostung gegen die Konkurrenz durchsetzen? Unser erster Check, der Geschmack. Wir sind in Gundelsheim in der Manufaktur von Chocolatier Eberhard Schell. Seit über 30 Jahren kreiert er feinste Pralinen und Schokolade aus Edelkakao. Heute haben wir mit ihm was Besonderes vor. Dafür haben wir 25 Kilogramm Vollmilchschokolade verschiedener Hersteller dabei. Er soll den Tafeln gleich eine neue Form verpassen, denn die Marken sollen in unserem Geschmackstest später nicht mehr an der Form erkennbar sein. Oha, da haben wir was an Arbeit. Wenn wir schon einige Stunden dafür brauchen, alleine schon das Auspacken mit viel Papier. Zuerst werden die Lindt-Schokoladen ausgepackt, kommen in den sogenannten Temper. Dort werden sie zuerst auf knapp 50 Grad erwärmt und dann wieder abgekühlt, damit die Schokolade die richtige Konsistenz erhält. Am Geschmack der Schokolade ändert sich dadurch nichts. Schokolade kann man an und für sich hundertmal, zweihundertmal erwärmen, wieder kalt werden lassen, wieder erwärmen. Da passiert gar nichts. Der Geschmack bleibt gleich. Da ist Schokolade völlig unkompliziert. Es dauert mehrere Tage. Dann haben alle unsere 250 Schokotafeln eine einheitliche Form. Die Marke ist nicht mehr zu erkennen. Mit diesen Schokoladen geht's zum SWR-Sommerfestival in Stuttgart. Dort bauen wir unseren Marktcheckstand auf und wollen herausfinden, welche schmeckt am besten. Vollmilchschokolade gehört zu den beliebtesten Sorten der Deutschen. Bei uns treten an die günstigen Eigenmarken von Lidl und Rewe. Deutlich hochpreisiger, Milka und Rittersport. Und mit Abstand am teuersten die Vollmilchschokolade von Lidl. Die Markennamen decken wir natürlich ab. Und naschen bitte! Hundert Besucher des SWR-Sommerfestivals dürfen probieren und mit je einem Ball für ihren Schoko-Favoriten abstimmen. Ja, sehr cremig, schokoladig, sehr angenehm im Mund. Also mein Favorit wäre jetzt vier gewesen, weil es einfach super cremiger Geschmack ist und ich denke, da schmeckt man auch die Qualität. Okay. Und eins? Eins. Eins? Ja. Das ist ja überhaupt nicht mein Favorit. Okay. Das ist die letzte Schokolade, die Nummer fünf. Aber ich fand sie sehr weich, sie ist auf den Zunge vergangen und sie war auch nicht so süß wie die zweite, glaube ich, wo sie so richtig süß war. Also von der Süße her war es echt optimal. Die schmeckt einfach richtig nach Schokolade und die zerfließt auf der Zunge einfach. Es ist angenehm. Wir decken auf. Ah, Link. Einmal Preisunterschied. Aha, okay. Ja, dann lag ich nicht so falsch. Also, weil die, die kenne ich, die kaufe ich mir auch immer und dann habe ich das wahrscheinlich irgendwie rausgeschmeckt. Der Andrang ist groß. Den Besuchern schmeckt's. Wer wird das Rennen machen? In der Zwischenzeit checken wir die Qualität der Schokoladen. Lind wirbt mit Premium Schokolade, ist aber auch teuer. Ist der Preis gerechtfertigt? Bei Chocolatier Eberhard Schell ist alles Handarbeit, auch das Rösten der Kakaobohnen. Zusammen mit Michaela Schupp wird er gleich Lind und die Konkurrenz checken. Michaela Schupp ist Schokoladensommelier und immer auf der Suche nach den besten Schokoladen der Welt. Ich bin Mitglied in der Grand Jury von den International Chocolate Awards. Das ist ein weltweit stattfindender Schokoladenwettbewerb und beurteile da auch jedes Jahr ganz viele Schokoladen. Erster Qualitätscheck, riechen. Die Schokoladen sind hier original verpackt, damit der Geruch frisch ist. Also nicht ganz unangenehm, nö. Man kann sogar Kakaonoten riechen. Wenn die Schokolade nicht nach Kakao riecht, haben die Hersteller möglicherweise daran gespart. Duftmäßig, gerufmäßig überzeugt es mich. Zweiter Qualitätscheck, der Bruchtest. Sind die Zutaten hochwertig, sollte die Schokolade glatt durchbrechen und knacken. Also hier ist die Kante von einem durchbrochenen Stück Milka, die jetzt so rausch und fast weiß ist und die von Rittersport ist relativ glatt. Die glatte Bruchkante steht eigentlich für bessere Qualität in der Schokolade, dass wir halt in erster Linie auch Kakaobutter drin haben und nicht irgendwelche Fremdfette, die weicher und billiger sind. Wie bricht die Lindschokolade? Die Kante ist auch sauber. Ja, die ist sauber. Also von der Verarbeitung her wesentlich besser. Dritter Check, der Schmelztest. Ich habe sie kaum in der Hand, fängt sie an mir schon zu schmelzen und wir haben hier ja nicht besonders warm, also wir haben hier gerade mal 17, 18 Grad. Wenn ich auf die Zutatenliste drauf schaue, ist ja das Butterreinfett mit drin, genau. Und das schmilzt eben schneller als die natürliche Kakaobutter. Also ich möchte jetzt sagen, Butterreinfett ist jetzt nichts Böses. Nein, das ist ja normale Butter. Aber es wird dafür eingesetzt, um mehr butterigen Geschmack reinzukriegen und vor allen Dingen die teure Kakaobutter zu sparen. Ja. Bei der Lind ist es doch eher cremiger. Ja, da merkst du wieder dann, dass einfach kein Butterreinfett drin ist und auch kein Molkenpulver. Also von daher von der Zutate schon die etwas bessere Wahl. Etwas. Vierter Check. Der Geschmack. Also wenig schokoladig. Ja. Viel süß. Für mich kein Genuss. Also würde ich freiwillig kein weiteres Stück essen. Mit guter Schokolade hat es nichts zu tun. Welche Schokolade ist nun die beste? Also für mich ist die beste von den Industrieschokoladen die Ritter Sport, weil sie allein schon mal fünf Prozent mehr Kakaogehalt hat als die anderen vier. Die schlechteste ist für mich Milka. Sie hat weder eine gute Textur, sie ist schmierig, sie ist schleimig im Mundgefüge. Und was ist mit Lind? Die größte Enttäuschung ist für mich blind, weil Premium-Schokolade draufsteht, aber viel mehr Zutaten drin sind, die es in einer guten Schokolade eigentlich gar nicht braucht. Welche das sind, dazu später mehr. Wie kommt die Schokolade bei den Besuchern des SWR-Sommerfestivals an? Zurück zu unserer Blindverkostung. Also die Nummer vier ist der Favorit, weil die von der Geschmacksentfaltung her absolut am besten ist. Ja, intensiv. Also zwei feiner. Also der Geschmack kommt viel, viel stärker raus. Also ich bleibe jetzt bei der vier. Ihr Favorit ist die vier und bei Ihnen, was wäre Ihr Favorit? Mein Favorit wäre jetzt die fünf. Also die letzte. Warum? Weil die cremiger und zahniger ist, finde ich. Langsam zeichnet sich ein Favorit ab. Nach drei Stunden zählen wir die Bälle. 100 Besucher des SWR-Sommerfestivals haben die Schokoladen probiert und abgestimmt. Schlusslicht mit sieben Stimmen, Ritter Sport. Etwas mehr, Fankaré von Lidl mit 15 und Ja von Rewe mit 16 Stimmen. Deutlich besser mit 29 Stimmen, Lind. Sieger unserer Blindverkostung mit 33 Stimmen, Milka. Sie arbeiten allerdings mit geänderter Rezeptur. Unser Geschmacksergebnis. Bei den Besuchern des Sommerfests kommt Lind deutlich besser an als bei unseren Experten. Und landet knapp hinter Milka auf Platz zwei. Bei den Vollmilchschokoladen fällt auf, fast alle Hersteller werben mit Alpenmilch, auch Lind. Und ist Milch aus den Alpen ein Qualitätsmerkmal? Klingt erstmal gut, klingt erstmal nach Natur. Gebirge, gute Luft, glückliche Kühe. Doch stimmt das? Das fragen wir Sabine Holzäpfel, Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Bei Alpenmilch handelt es sich in erster Linie um ein Werbebegriff. Da geht sofort unser Kopfkino an. Wir sehen Kühe, die auf saftigen grünen Wiesen liegen, gemütlich Kräuter kauen. Und im Hintergrund ist ein traumhaftes Bergpanorama. Und tatsächlich ist es eben so, der Begriff Alpenmilch oder Alpenerzeugnis ist nicht geschützt. Es ist also zum einen nicht klar, wo fangen eigentlich die Alpen an? Gehen die schon südlich der Donau los? Was ist das Alpenvorland? Oder handelt es sich wirklich um die Hochalpen und um eine Höhe über 1500 Meter oder ähnliches? Dazu gibt es keine Vorschriften. Das heißt, es bestimmt am Ende der Hersteller, was er unter Alpen versteht. Und das heißt nicht unbedingt, dass das die Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher trifft. Die Vollmilchschokolade von Lind kommt nicht vom Firmensitz am Zürichsee, sondern aus dem Deutschen Werk in Aachen. Alpenmilch kann man, wenn man an die Nachhaltigkeit denkt, sogar eher schlechter sein. Denn wenn der Produktionsstandort eben nicht in den Alpen liegt, sondern wie bei Lind zum Beispiel in Aachen, dann liegen da ja mehrere hundert Kilometer dazwischen, die das Milchpulver dahin transportiert werden muss. Macht es Sinn, tatsächlich Milch aus den Alpen auch in Pulverform dann durch halb oder ganz Deutschland zu fahren? Oder ist es dann nicht sinnvoller und nachhaltiger, einfach die gute Milch, die vielleicht auch in der Region produziert wird, zu nutzen und da Transportwege und damit auch viel CO2 einzusparen? Ein bereits zugesagtes Interview vor der Kamera sagt Lind wieder ab. Schriftlich antwortet man uns ausweichend. Wir setzen für unsere Alpenvollmilchschokolade ein spezielles Vollmilchpulver ein, das wir für unsere Schokoladen entwickelt haben. Das stamme aus der Alpenregion. Dadurch entstehe das besondere Geschmacksprofil. Der Begriff Alpenmilch ist also in erster Linie Marketing. Das führt uns zu unserem nächsten Check, das Lind Marketing. Wie schafft es Lind, die Kunden zum Kauf zu verführen? Im Supermarkt fällt auf, Lind belegt sogar ganz eigene Bereiche. Und während bei anderen Schokoladenmarken der Preis am Regal steht, ist hier häufig kein Preis zu sehen. Stattdessen findet sich auf der Lind-Packung eine unverbindliche Preisempfehlung. Merkwürdig, denn eigentlich legt doch der Handel die Preise fest und nicht der Hersteller. Wir fragen Handels- und Marketing-Experte Alexander Henning von der Dualen Hochschule in Mannheim. Dass Lind mit unverbindlichen Preisempfehlungen auf den Packungen arbeitet, ist sehr ungewöhnlich und kommt im deutschen Lebensmitteleinzelhandel ansonsten eigentlich nicht mehr vor. Lind tut das, um auf diese Weise zu versuchen, ein einheitliches Preisniveau in Deutschland zu erreichen. Und zwar ein einheitlich hohes Preisniveau. Man möchte aus Preiskämpfen herausgehalten werden. Das sei auch deshalb wichtig, weil viele Lind-Produkte verschenkt würden. Und seine Wertschätzung drücke man schließlich besser mit einem hochpreisigen Produkt aus als mit einem Billigartikel. Die Händler sind allerdings nicht verpflichtet, die Preise von Lind zu übernehmen. Dass diese unverbindliche Preisempfehlung trotzdem von vielen Händlern eingehalten wird, liegt daran, dass es gerade für die kleineren Händler wie Kioske sehr praktisch ist. Und es liegt außerdem daran, dass die Arbeit für die Händler weniger wird. Man braucht zum Beispiel keine Preisauszeichnung am Regal mehr. Lind hat es geschafft, sich am Markt als Premium-Marke zu etablieren. Seit Jahren hat sich der Umsatz immer weiter erhöht. Einer der Bestseller, Lindor. In Hamburg beschäftigt sich Verbraucherexperte Armin Vallee schon länger mit dem Thema Mogelpackungen. Er hat festgestellt, die beliebten Lindorkugeln gibt es in rund zehn verschiedenen Packungsgrößen. Und zu völlig unterschiedlichen Preisen. Obwohl genau dasselbe drin ist, sind die Preisunterschiede wirklich sehr, sehr hoch. Bei den sogenannten Geschenkpackungen sehr extrem. Wenn man jetzt mal hier diese Vorteilspackung mit dieser Geschenkpackung vergleicht und die gleiche Füllmenge zugrunde legt, dann ist diese Packung, zahlt man für die Packung allein vier Euro. Ähnlich ist es auch bei dem. Auch hier sind 200 Gramm drin, hier 400 Gramm. Und man zahlt hier, wenn man das umrechnen würde, auf die gleiche Füllmenge vier Euro allein für diese Herzpackung. Am günstigsten haben wir die Lindorkugeln in der 400 Gramm Vorteilspackung im Probierpreis gekauft. Für gerade mal 1,99 Euro pro 100 Gramm. Mehr als doppelt so teuer die Lindorkugeln in der herzförmigen Packung mit Schleifen. Hier haben wir vier Euro für 100 Gramm gezahlt. Warum so viele unterschiedliche Preise? Ein Teil der Strategie wird sicherlich sein, so diese Preisklarheit so ein bisschen zu verwischen, dass die Verbraucher nicht den Überblick haben, wie teuer die Produkte sind, weil es gibt riesen Preisunterschiede, obwohl das gleiche drin ist. Und natürlich auch Preiserhöhungen fällt den Verbrauchern natürlich nicht so auf, wenn sie x verschiedene Produkte letztendlich im Supermarkt vorfinden. Lind teilt uns dazu mit. Der Preis pro 100 Gramm ist einerseits abhängig von der Verpackungsgröße und dem Verpackungstyp, das heißt zum Beispiel Beutel oder aufwendige Geschenkpackungen. Damit haben die Preisunterschiede nichts damit zu tun, Konsumentinnen zu verwirren oder Preissteigerungen zu verschleiern. Auch bei der Lindschokolade Excellence hat Armin Vallee Erstaunliches festgestellt. Üblicherweise hat eigentlich eine Tafel Schokolade immer 100 Gramm gehabt, aber Lind ist hier auch einen anderen Weg gegangen und versucht hier versteckte Preiserhöhungen und kleine Filmingen den Verbrauchern unterzujubeln. Wir haben zwei Tafeln Schokolade hier. Auf den ersten Blick sehen die identisch aus, von der Größe her, von der Breite. Aber hier sind 100 Gramm drin und hier nur noch 80. Und das macht dann schon einen großen Unterschied aus. Lind versucht hier die Tafel zu schrumpfen, ohne dass die Verbraucher das mitbekommen, weil von der Verpackung her, von der Größe ist es gleich. Auf der Packung hier steht zwar rechts unten, dass nur 80 Gramm drin sind. Im Lindregal allerdings wird die Grammangabe durch das Goldbanner verdeckt. Man versucht dann natürlich den Verbrauchern letztendlich das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil die Tafel Schokolade wird wohl etwas günstiger verkauft. Aber wenn man den Grundpreis vergleicht, ist es eher teuer gegenüber der Standardtafel. Und das ist schon ein Ärgernis. Beispiel. Die 55-prozentige Excellence Schokolade kostet 1,89 Euro, die 70-prozentige 2,29 Euro und die 99-prozentige ebenfalls 2,29 Euro. Doch nur die 70-prozentige enthält 100 Gramm, die anderen beiden gerade mal 80 bzw. 50 Gramm. Sortiert man die Schokoladen nach dem Grundpreis, ergibt sich deshalb ein völlig anderes Bild. Die 70-Prozent-Tafel bleibt bei 2,29 Euro. Bei der 55-prozentigen kosten 100 Gramm nun 2,36 Euro. Bei der 99-prozentigen sogar 4,58 Euro. Für die Verbraucher ist hier wichtig, wirklich auf den Grundpreis zu achten. Der Grundpreis muss angegeben werden am Regal. Das ist der Preis pro 100 Gramm. Der Grundpreis zeigt dann klar, welche Sorte besonders teuer ist und welche nicht. Lind teilt uns dazu schriftlich mit. Die Excellence-Tafeln mit einem Kakao-Anteil von 45, 55 und 65 Prozent sind seit Lancierung bewusst etwas dünner als die anderen Excellence-Tafeln aus unserem Sortiment. Der Grund dafür sei, dass die Aromaentfaltung dann besonders gut zur Geltung kommen würde. Naja, mit einem Löffelchen Schokocreme, mit einem Tröpfchen Orangenkaramell, mit extra kleinen Pistazien und mit vielen Fingerspitzen. Die Maitre Chocolatier, das Markenzeichen von Lind. Überall sind die freundlichen Herren präsent. Wie wirkt das auf die Verbraucher? Das strahlt was Warmes, Liebes aus. Das sieht lecker aus mit dem cremigen Topf und so. Sehr cremig und sehr milchig. Für den Käufer auf jeden Fall ansprechend. Gibt es die Maitre Chocolatier in echt? Beim Firmensitz in Kiltberg wollen wir das herausfinden. Doch zuvor werfen wir einen Blick in die Geschichte von Lind. Bereits 1898 wurde das Unternehmen aus den beiden Schokoladenmanufakturen Lind und Sprüngli gegründet. Für die Entwicklung moderner Schokolade, wie sie heute üblich ist, war Rodolf Lind prägend. Seine Erfindung, die Conchiertechnik, ermöglichte erst den schmelzenden Charakter von Schokolade, die zuvor eher grob, brüchig und sandig war. Die Geschichte geht so. An einem Freitag vergaß er die Conchiermaschine auszuschalten und sie lief das ganze Wochenende weiter. Als er am Montag zur Arbeit kam, war die Schokolade so zart und cremig wie nie zuvor. Die feine Schokolade war geboren. Das wahrscheinlich bekannteste Lind-Produkt, der Goldhase. Er wurde 1952 erstmals in Deutschland verkauft und wird in 80 Ländern vertrieben. Angeblich beobachtete ein Maitre Chocolatier von Lind zusammen mit seiner Tochter einen Hasen im Garten. Als dieser weghoppelte, war die Tochter traurig. Der Maitre Chocolatier beschloss daher, ihr einen Hasen aus Schokolade zu kreieren, der nicht weghoppelt. Mit einer Glocke um den Hals, damit er auch sicher nicht verloren geht. Lind und Sprühli sind heute eine Aktiengesellschaft und die Aktien gehören zu den teuersten der Welt. Rund 100.000 Franken kostet eine Aktie. Dafür bekommen die Stammaktionäre jedes Jahr den begehrten Lind-Koffer mit exklusiven Schokoladen. Nur für Aktionäre. Auch sonst zeigt sich das Unternehmen Spendabel. Zum 150-jährigen Firmenjubiläum schickte Lind und Sprühli ein Schoko-Präsent an jeden einzelnen Schweizer Haushalt. Rund 2,4 Millionen Stück. Im neu eröffneten Schokomuseum am Zürichsee dürfen wir ihn jetzt tatsächlich treffen. Einen echten Maitre Chocolatier. In der Schoküche finden normalerweise Schoko-Kurse statt. Und was macht er sonst? Ja, die Maitre Chocolatier ist, wir arbeiten in der Produktentwicklung, in der Forschung und Entwicklung. Das heißt, wir entwickeln, wir kreieren neue Produkte für Lind. Das ist unser tägliches Brot. Das härteste oder schwerste in meinem Job ist eigentlich, dass ich jeden ganzen Tag Schokoladen essen muss. Schon bereits zum Frühstück. Aber ich schätze nicht nur, weil Schokolade, nur wenn man Schokolade degustiert, finde ich raus, welche Aromen, welche Zutaten zu welcher Schokolade passen. Das heißt, ich muss eigentlich den ganzen Tag Schokolade essen. In der Versuchsküche feilen die Maitre Chocolatier ständig an neuen Rezepten. Die Entwicklung eines neuen Produktes kann bis zu einem Jahr dauern. Momentan tüfteln die Maitre an zuckerreduzierten Produkten. Wir haben zurzeit zwei Produkte auf dem Markt zum Testen, wie das funktioniert. Wenn man zuckerreduziert deklarieren möchte, muss man den Zuckeranteil im Vergleich zu einer herklamischen Schokolade um 30 Prozent reduzieren. Das verändert natürlich den Geschmack. Und bei uns steht der Geschmack immer noch im Vordergrund. Und deshalb dauert das auch immer eine Weile, wie diese Produkte dann so schmecken, wie wir uns das vorstellen. Lind reagiert schnell auf neue Trends. So gibt es inzwischen auch vegane und zuckerfreie Schokolade. Auch wenn es die Maitre Chocolatier also in echt gibt, die Schokoladenproduktion sieht in Wirklichkeit ganz anders aus als in der Werbung. Hier werden gerade die Lind Squares gefertigt. Am Fließband. Und was die berühmten Goldhasen anbelangt, die werden nur zu Showzwecken von Hand gegossen. Ansonsten kommen sie aus Aachen. Bei der Gelegenheit wollen wir mal gleich einen alten Mythos klären. Stimmt es eigentlich, dass nicht verkaufte Osterhasen später zu Weihnachtsmännern umgeschmolzen werden? Nein, das stimmt natürlich nicht. Auf der einen Seite versuchen wir natürlich die Mengen so zu berechnen, dass es gar keine Reste gibt. Auf der anderen Seite ist es vom Prozess her gar nicht machbar, dass wir Osterhasen zurück in den Prozess geben, dann auspacken und wieder einschmelzen. Das wäre vom Aufwand her auch viel zu komplex. Ein Teil der Reste geht an Charity-Organisationen und ein gewisser Teil wird auch zu reduzierten Preisen dann verkauft. Der Goldhase, eines der bekanntesten Produkte von Lind. Dieses Jahr feiert er seinen 70. Geburtstag. Form und Farbe sind seit Anbeginn fast unverändert. Gegen andere Hersteller, die ähnliche Hasen auf den Markt bringen, geht der Schweizer Konzern rigoros vor. Das hat zum Beispiel die schwäbische Konfiserie Heilemann erlebt. Sie wurde von Lind und Sprüngli verklagt und darf ihren Schokohasen erstmal nicht mehr verkaufen. Das Verfahren läuft noch. Ist die Form des Lind-Goldhasen wirklich so unverwechselbar? Dazu haben wir verschiedene Hasen eingekauft und wollen herausfinden, können Passanten den Goldhasen auch ohne Verpackung an seiner Form erkennen? Wir lassen den Lind-Goldhasen gegen folgende Konkurrenz antreten. Milka, Merci, Reber sowie die Lidl-Eigenmarke. Die Markennamen machen wir mit einem erwärmten Löffel unkenntlich. Auf dem Stuttgarter Schlossplatz bauen wir unsere Hasenparade auf. Milka, Lidl, Lind, Reber und Merci. Kennt ihr dieses Glöckchen hier? Ja. Was ist das? Lindglöckchen. Dann würde ich Sie bitten, dem Hasen, von dem Sie denken, dass es der Lindhase ist, dem das Blöckchen hinzuhängt. Das ist Lindgl. Ja, das hätte ich auch gesagt. Das ist der Billige. Oder der Schokolade. Ich würde vermuten, dass das der Lindhase ist. Der sieht mir aus wie so ein Milka-Hase. Also, ich würde den in der Mitte als Lindhase tippen und den außen als Milka-Hasen. Okay, dann lösen wir auf. Also, Milka ist schon mal richtig. Das hier ist Merci. Das ist die beiden, das ist Reber- und Lidl-Eigenmarke. Und das hier. Das habe ich sofort gesehen. Wovon haben Sie es erkannt? Hier am Bauch. Am Gesicht und dann die Ohren. Weil er die Ohren so nach hinten hat. Das Ergebnis, neun von zehn Passanten haben den Lindgoldhasen auch ohne Verpackung erkannt. Unser Urteil zum Marketing, der Bekanntheitsgrad und Wiedererkennungswert der Lindh-Produkte ist hoch. Die Maitre Chocolatier erwecken in der Werbung den Eindruck von hochwertiger Handarbeit. Dabei wird auch bei Lindh industriell produziert. Die vielen unterschiedlichen Packungsgrößen erschweren den Preisvergleich. Übrigens, bei unserem Dreh sind manche Osterhasen ganz schön schnell geschmolzen. Am längsten hielt der Goldhase von Lindh durch. Das liegt daran, dass der kein Butter-Reinfett enthält und daher deutlich hitzebeständiger ist. Doch wie viel Fett und Zucker stecken eigentlich in so einem Goldhasen? Wir füllen die Menge ab, die sich in einem 200 Gramm Goldhasen versteckt. Würden Sie das an einem Rutsch essen? Nein. Haben Sie schon mal so einen Osterhasen am Stück gegessen? Ich muss ehrlich sagen, ja. Das sind nämlich genau die Mengen, die hier drin sind. Wow. Das denken wir natürlich nicht, wenn man so einen Schokoladenhasen nimmt. Ich freue mich schon auf Ostern. Jetzt, wo Sie das wissen, wird es irgendwas an Ihrem Verhalten ändern? Ich würde vielleicht die kleineren kaufen. Würden Sie trotzdem wieder essen? Natürlich, das ist die beste Schokolade. Man kann das nicht vermeiden. Das ist eine Sucht. Natürlich, jeder liebt Lindschokolade. Das ist normal. Aber wenn ich das so sehe, ja, habe ich schon so Bedenken. Der 200 Gramm Goldhase enthält 108 Gramm Zucker. Die WHO empfiehlt jedoch maximal 50 Gramm Zucker pro Tag. Ideal seien sogar nur 25 Gramm. Trotzdem hat vor allem dunkle Schokolade den Ruf, gesund zu sein. Bitter liegt im Trend. Und den hat auch Lindt mitgeprägt. Die dunkle Edelbitterschokolade unter der Marke Excellence gehört zu den meistverkauften Produkten. Doch wie gesund ist Bitterschokolade wirklich? Wir fragen nach beim Ernährungsmediziner Professor Johannes Wechsler. Dunkle Schokolade ist gesund, weil sie relativ wenig Kalorien enthält. Die positiven Auswirkungen hat die dunkle Schokolade durch die Inhaltsstoffe, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die tatsächlich in der Lage sind, auch in vielen Studien belegt haben, dass die Herzinfarktrate sinkt, dass die Schlaganfallrate sinkt, dass die Cholesterinspiegel sinken. Also insgesamt kann dunkle Schokolade einen sehr großen gesundheitlichen Effekt haben, ohne dass man einen Verzicht einbringen muss. Je mehr Kakaoanteil, desto besser. Und es kommt auch auf die übrigen Zutaten an. Können Kunden für den vergleichsweise hohen Preis bei Lindt auch besonders hohe Qualität erwarten? Zurück nach Gundelsheim. Chocolatier Eberhard Schell und Schokoladensommelier Michaela Schupp sollen für uns die Lindt-Zutaten unter die Lupe nehmen. Zuerst die Vollmilchschokolade. Welche Zutaten gehören da überhaupt rein? Gute Milchschokolade, vier Zutaten. Kakao, Milchpulver, Zucker, Kakaobutter. Fertig. Man kann noch hier eine gute Vanille dazu tun. Muss aber nicht, wenn du einen guten Kakao hast, braucht man auch keine Vanille dabei rein. Doch in der Lindt-Alpen-Vollmilchschokolade finden sich viele weitere Zutaten, z.B. Soja-Lecithin. Wofür ist das gut? Lecithin wird verwendet, um die Schokoladenmasse fließfähig zu machen, damit man sie leicht ergießen kann. Hat aber nichts mit dem Geschmack zu tun. Und es gibt u.a. eben Soja-Lecithin. Das ist aber schwer in Verruf geraten wegen Genmanipulation. Lindt versichert uns schriftlich. Die Lindt-Marke verwendet keine Zutaten aus gentechnisch veränderten Pflanzen. Und den beiden fällt noch etwas auf. Auf der Lindt-Vollmilchpackung ist eine Vanilleblüte abgebildet. Laut Zutatenliste ist aber gar keine Vanille drin. Das geht für mich gar nicht, dass ich hier beste Zutaten mit Vanilleblüte und Vanilleschote drauf schreibe und abbilde. Und dann ist nichts drin von denen. Lindt räumt uns gegenüber ein. Dem Produkt Vollmilchschokolade wird keine Vanille zugesetzt. Das Piktogramm solle beispielhaft die Auswahl feiner Zutaten visualisieren. Weiter geht's mit dem beliebtesten Lindt-Produkt. Den Lindor-Kugel. Macht süchtig. Auch vielleicht kühlend im Mund. Nicht ganz so brutal süß. Die Aromen kommen da ein bisschen mehr zum Spiel wie die Süße. Ja, und man ist sogar noch mal auf Ticht zuzugreifen. In den Lindor-Kugeln unter anderem enthalten Gerstenmalz-Extrakt. Gerstenmalz-Extrakt in Schokolade muss nicht sein, gehört gar nicht rein. Es hat in einer guten Schokolade auch nichts zu suchen. Man gibt es rein, um im Endeffekt die Aromatik der Schokolade zu erhöhen, es malziger zu machen, ähnlich Kakao schmeckend ähnlicher zu machen. Aber wenn ich eine gute Kakao verarbeite, brauche ich keinen Gerstenmalz-Extrakt drin. Lindt teilt uns mit, Gerstenmalz-Extrakt hätte einen süßen, würzigen Geschmack und würde damit das Aroma der Milchschokolade unterstützen. Und wie beurteilen die beiden Experten nun die Lindt-Qualität? Also wir haben von ordentlich gut bis, naja, nicht besonders. Und Lindt hat Produkte, die absolut gut sind, die man durchaus kaufen kann. Im Mainstream-Bereich, denke ich, wird die Kalkulation im Vordergrund stehen. Daher greift man eher auf günstigere oder auch billige Rezepturen zurück und Zutaten. Die Zutaten bei Lindt seien bei vielen Produkten nicht hochwertiger als bei anderen Industrieschokoladen, die zum Teil deutlich günstiger sind. Was macht dann den Lindt-Unterschied aus? Vielleicht die Arbeitsbedingungen bei den Kakaobauern? Unser letzter Check. Fairness. Auffällig, während andere Schokoladenmarken mit Siegeln wie Fairtrade, UDZ oder Rainforest Alliance werben, findet sich auf der Lindt-Schokolade keines dieser Siegel. Stattdessen setzt Lindt auf das eigene Farming-Programm. Was hat es damit auf sich? Wir sind in Ghana. Von hier bezieht Lindt den größten Teil seiner Kakaobohnen. Und hier startete Lindt 2008 sein sogenanntes Farming-Programm. Das Ziel, die Kakaobohnen zurückverfolgen zu können und die Situation der Kakaobauern vor Ort zu verbessern. Wir fahren nach Asarikrom im Südwesten von Ghana zu einer Schulung von Kakaobauern. Viele von ihnen haben nur wenige Bäume. Hier erfahren sie, wie sie ihren Ertrag und die Qualität verbessern können. Der Schädling befällt die Kakaopflanze immer an dieser Stelle. Wenn ihr also sowas seht, müsst ihr es entfernen, um zu verhindern, dass der Schädling die Pflanze befällt. Allein in Ghana haben im vergangenen Jahr knapp 54.000 Kakaobauern eine solche Schulung von Lindt erhalten. Das Farming-Programm ist Lindt und Sprünglis Nachhaltigkeitsprogramm für den verantwortungsvollen Kakaoanbau. Es wurde 2008 in Ghana gegründet. Es unterstützt die Bauern darin, ihre Lebensgrundlage zu verbessern, die Lebensgrundlage ihrer eigenen Haushaltsmitglieder, aber auch die Lebensgrundlage der ganzen Gemeinde. Sind die Schulungen denn eine sinnvolle Maßnahme? Wir sind in Bonn. Bei der Organisation Südwind treffen wir Friedl Hütz Adams, einen Experten für die Arbeitsbedingungen im Kakaoanbau. Wir zeigen ihm das Filmmaterial. Die Frage ist, was erreiche ich mit den Schulungen? Häufig wissen Bäuerinnen und Bauern schon, dass sie bestimmte Dinge anders machen sollen. Sie haben aber nicht das Geld dafür zu investieren. Was auch für die Bäuerinnen und Bauern ein Risiko ist, sie sollen dann oft investieren. In das Beischneiden, in Dünger, in Neupflanzen von alten Bäumen, in Pestizide. Aber die Ernte ist ja erst ein paar Monaten. Wo nehme ich die Investitionen her? Ich weiß ja auch nicht, wie der Preis in ein paar Monaten sein wird. Lohnt sich das überhaupt, dass ich jetzt die Arbeitskraft da reinstecke? Das ist oft ein Riesenproblem und darum bringe ich den Bäuerinnen und Bauern oft Dinge bei, die sie entweder schon wissen oder die sie dann nachher, auch wenn sie sie jetzt neu erfahren, gar nicht anwenden, weil sie nicht dazu in der Lage sind. Lindt engagiert sich darüber hinaus auch mit weiteren gesellschaftlichen Projekten in Ghana. Wir fahren 75 Kilometer weiter zur Kotosa Primary School in Yuabosu. Diese Grundschule hat Lindt um einen Anbau mit zwei weiteren Klassenzimmern ergänzt. Heute werden die neuen Räumlichkeiten feierlich eingeweiht. Ich bin sehr froh, diese zwei Klassenzimmer zu übergeben, damit sie für die Ausbildung unserer Kinder genutzt werden können. Unsere Kinder, afrikanische Kinder für die Zukunft von Afrika. Zwischen 2008 und 2021 hat Lindt weltweit rund 82 Millionen Euro für Nachhaltigkeitsinitiativen ausgegeben. In Ghana wurden unter anderem 30 neue Schulgebäude gebaut. Die Klassenzimmer hier haben Lindt umgerechnet 16.000 Euro gekostet. Für die Gemeinde wäre das kaum finanzierbar gewesen. Weiter geht's, 150 Kilometer Richtung Nordosten. Wir besuchen Asoko nahe Boma im Tepa-Distrikt. In dieser Gemeinde haben wir einen Trinkwasserzugang gebohrt, für die Gemeindemitglieder als Teil unserer Entwicklungsarbeit. Über diese Pumpe kann die Gemeinde nun Trinkwasser abfüllen. Knapp 7.000 Euro hat Lindt dafür ausgegeben. Der neue Wasserzugang soll die Gefahr von Krankheitsübertragungen verringern. Davor hatten die Bewohner ihr Wasser von einem Bach, aus dem auch Kühe und Ziegen trinken. In den vergangenen Jahren hat Lindt bereits über 200 solcher Trinkwasserzugänge gebohrt. Was ist von solchen Projekten zu halten? Ich finde es erst mal gut für so ein Dorf, dass da eine neue Schule und ein neuer Brunnen sind. Aber man stellt sich ja die Frage, warum, wenn sie so ein Luxusprodukt wie Kakao anbauen seit Jahrzehnten, warum da nicht genügend Geld ist, damit sie das selber machen können. Es müsste ja eigentlich in der Lieferkette von diesem Milliardenmarkt genügend hängen bleiben bei den Bäuerinnen und Bauern. Und dass man davon ausgehen müsste, dass sie längst Brunnen und Schulen und Straßen und vernünftige Häuser haben. Die Bilder zeigen, wie schlecht und marode die Infrastruktur ist. Also von nicht vorhandenen Straßen über Brunnen, alte Häuser, alles Mögliche fehlt. Und das zeigt, dass da eine bittere Armut ist und dass ich eigentlich eine strukturelle Lösung brauche. Ich brauche nicht einzelne Projekte, ich brauche grundsätzlich höhere Einkommen, damit Menschen lebenswürdig leben können. Auch wegen Kinderarbeit ist der Kakaoanbau ins Gerede gekommen. Steckt auch in Lindt Schokolade Kakao aus Kinderarbeit? Lindt teilt uns dazu mit. Wir arbeiten mit vollem Einsatz daran, die Effektivität unserer Systeme kontinuierlich zu verbessern, um dieses Risiko in unserer Kakaolieferkette und darüber hinaus anzugehen. Leider können wir nicht ausschließen, dass es Kinderarbeit gibt. Bei unserem Dreh ist die Erntezeit bereits vorüber. Nur noch die restlichen Kakaofrüchte werden geerntet. Noch in den 70er Jahren versprach der Kakaoanbau Wohlstand für die Bauern in Ghana. Doch seit damals sank der Kakaopreis kontinuierlich. Wie zufrieden sind die Kakaobauern mit ihrem Einkommen? Wir dürfen an verschiedenen Orten mit Farmern sprechen, die für Lindt Kakao anbauen. Mein Einkommen ist eigentlich okay, aber es ist nicht das Niveau, das ich erreichen will. Die landwirtschaftlichen Tätigkeiten sind sehr arbeitsintensiv. Aber wenn ich Arbeitskräfte anstellen will, bedeutet es, dass ich meinen Kindern die Schule nicht mehr finanzieren kann. Deshalb muss ich alles selbst machen. Hat sich die Situation der Kakaobauern durch die Maßnahmen des Lindt Farming Program verbessert? Mein Einkommen hat sich tatsächlich verbessert. Ursprünglich war es nicht so. Aber als ich zum Lindt-Programm gekommen bin, hat es mein Einkommen tatsächlich verbessert. Anfangs hatten wir nur wenig Wissen über den Kakaoanbau. Aber als das Programm kam mit den Schulungen, hat das mein Wissen über den Kakaoanbau tatsächlich erweitert. Das hat mein Leben verbessert, weil sich die Grundlagen verändert haben, sodass mein Einkommen gestiegen ist. Und das habe ich dem Programm zu verdanken. Auch Lindt versichert uns. Das Einkommen der Bauern, die länger im Lindt und Sprüngli Farming Program sind als die erst kürzlich beigetretenen Bauern, ist wesentlich höher. Allerdings erzielen in Ghana die meisten Bauern immer noch kein existenzsicherndes Einkommen. Was auch Studien belegen. Die Berechnungen, die man für Ghana gesehen hat, die gehen so in die Richtung, dass die Familien ein Jahreseinkommen von ungefähr 2.500 Euro haben. Und das ist selbst für ghanarische Verhältnisse bei weitem nicht ausreichend, um davon vernünftig leben zu können. Dennoch, mit dem Farming Program geht Lindt einen eigenen Weg. Direkte Unterstützung vor Ort, mit dem Ziel, die Situation der Bauern nachhaltig zu verbessern. Unser Fazit. Positiv in Sachen Fairness ist, dass Lindt Transparenz in die Lieferkette bringen will und die Kakaobauern mit verschiedenen Projekten unterstützt. Besser wäre es, wenn die Bauern mit dem Kakaoanbau selbst genug Geld verdienen würden, sodass solche Projekte gar nicht erst nötig wären. Das Marketing von Lindt ist raffiniert. Der Wiedererkennungswert der Produkte enorm. Die Lindt Maitre Chocolatier erwecken den Eindruck von Handarbeit und hochwertigen Produkten. Unterschiedliche Packungsgrößen erschweren für die Verbraucher den Preisvergleich. In puncto Qualität stellen wir fest, je nach Preisklasse sind bei Lindt die Zutaten höchst unterschiedlich. Den Geschmack der Masse trifft die Lindt Vollmilch Schokolade. Sie landet in unserer Blindverkostung auf Platz 2. Marktcheck. Checkt Lindt. Auf Wiedersehen. Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Abonniertablieb.